Heute gehen wir das K-Meet. Es ist jetzt eine halbe Stunde. Ich renne nachher auf den Zug. Es ist Color Random Dance. Ich zeige euch mein Outfit. Meine Haare sollten beide nicht grün sein. Das war wirklich ein accident. Die Striche sind wegen des Neonlichtes. Das ist mein Outfit. Ich ziehe noch das Bein an. Meine Haare sind auch etwas grün. Und ich bin auch Team-Grün. Ja, voll. Also... Völlig überbelichtet. Bro. Völlig... Völlig überbelichtet. Aber je. Also meine Haare, ich habe die eine Silbe. Sie waren mal blond. Ich hätte sie bei uns sollen lassen, aber... Ja. Vor allem, habe ich es heute geschafft, pünktlich auf den Zug kommen? Ja. Fast nicht. Top. Wie hat ihr das akute Haare vergessen? Sie mussten zurück nach Hause rennen. Sie mussten zum Bahnhof fahren, weil sie sonst den Zug verpasst hätten. Das ist doch jetzt wegen, wie sie zurückhalten und nicht fluchen. Ja. Also wir haben herausgefunden, mitbekommen, dass das Random Dance beim Grossmünster ist wegen 60 Leuten. Also... Ja, wir beginnen jetzt seit einem. Ja. Die Hände auf den Weg. Ja. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Wir machen die Zähne, wir machen die Zähne. Wir machen die Zähne, wir machen die Zähne. Wir machen die Zähne. Hallo zusammen. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Trotz des scheiss Vaters und der Umstand, dass wir hin und her auf den Platz haben müssen. Und wir haben uns so gut. Wir würden uns in zwei Gruppen aufteilen. Einmal Grüe und Big. Dann jetzt. Ich fühle euch auch so mega cool, dass ihr bei der coolen Seite seid. Wir sind bei der coolen Seite. Ja, bei der swag Seite. Ah, das ist nicht schlimm. Ich kann auch noch einen. Staub. J-J-D. Green. 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 Ja! Bis zum nächsten Mal. Pink Pink Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So what I say? Mal is that my goal is not to stop my ass. Don't try to be your dream, it's a wise, so silly. Why, so silly. My name is NELLO, my name is NELLO, my name is NELLO, What's what you make it for? Come on. Yeah, yeah! Wow! Yeah! Holy shit! Yeah! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. 水 sind lieb, ihnen sind lieb, sie sind lieb, sie sind lieb, sie sind lieb, sie sind lieb. Ja, ich bin ein sehr Schuss, im Problem stabiles und wie ihr sagt, um ihre Videos zu einem slag, sie sind lieb, sie sind lieb. Wow! Everybody. 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 Everybody, everybody, 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 everybody. 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 Das ist ein Einstich Der 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 Oh shit, man, not for nature. Oh shit, man. Oh shit, man, not for nature. Oh shit, man. Oh shit, man. Oh shit, man. Oh shit, man. Green. 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 Green Yes, Valle! Yeah, Valle! Oh 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 . 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 Ja, random dance, so... Ich muss die Ballen finden. Ich sit hier normal. Und Angel die soackbar. Follow ihr auf TikTok. Bye! Hype in heart. Ja stimmt, ich hab in ehype... Hype in heart. Ich wollte in ehype in heart. Also auf jeden Fall, ja... Wir sind jetzt zurück. Alter! Heute Nacht oder morgen wird, je nachdem, noch meine Haare silberig. Wieso kann ich kein... Das war mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja... Ah ja, by the way, schau mal was ich mir bestellt habe. Und es ist angekommen, es ist viel zu spät. Blinschmann. Zona, banana, reload. Genau, mittlerweile ist es auch viel zu spät. Auf jeden Fall, ich beende jetzt endlich den Vlog. Wenn es... Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Daumen nach oben. Oder einen Like. Kommentiert und... Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye. Ja. Ciao. 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 Ciao.